Gesund werden. Seit einer Woche bin ich krank. Ich habe schlimmen Husten. Mein Hals schmerzt sehr. Meine Nase läuft auch ständig. Das ist alles sehr unangenehm. Ich gehe deshalb zum Arzt. Er stellt mir ein paar Fragen. Ich beantworte sie ihm. Er sagt, ich habe eine Grippe. Aber es ist nichts Ernsthaftes. Er gibt mir verschiedene Medikamente. Dazu gehört ein Hustensaft. Das andere sind Tabletten und Pillen. Das alles soll ich dreimal am Tag nehmen. Für die restliche Woche wurde ich krankgeschrieben. Ich werde dann nur zu Hause im Bett liegen. Ich trinke sehr viel Tee. Salbei-Tee hilft sehr gut gegen die Grippe. Die Krankheit hält noch mehrere Tage an. Danach wird es besser. Am Ende der Woche bin ich wieder gesund. Die Medikamente haben sehr gut geholfen. Die ganze Zeit habe ich viel geschlafen. Ich bin kaum nach draußen gegangen. Ich hatte keine Kraft dafür. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich kann endlich wieder arbeiten gehen.